Schlips aus Lurch Was ist denn das, was soll denn das für Material sein? Lurch in Leder, ohne Spaß, riecht gut und trägt sich bei. Schlips aus Lurch Schlips aus Lurch Was ist denn das, was soll denn das für Material sein? Lurch in Leder, ohne Spaß, riecht gut und trägt sich bei. Schlips aus Lurch Schlips aus Kröte Dankeschön, Dankeschön!